Das ist mein Sohn, 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 das ist mein Sohn. Du musst mir folgen, du weißt, du kommst nicht alleine in der Welt zurecht. Stimmt ja gar nicht. Bum, servus, Stimmt. Das ist mein Sohn, das ist mein Sohn. Wollt ihr ihn haben? Ja, ich will. Dann musst du ihn zum Altar führen, das wird nicht billig. Und zum Wahnsinn habe ich auch noch nichts. Mit deiner Bedingung, wenn sich dein Sohn kriegt, kriege ich dich. Und das ist mein Lackdachzeit. Dieser verdammte Husten, ich habe nichts verstanden. Warte, 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 okay, ich geh jetzt mal. Jetzt schon? Okay, kann man nichts machen. Aber vergiss nachher die Windel nicht mitzunehmen, sonst scheißt dir mein Sohn genau hier auf dem Boden. Ja, Baby. Windelalarm, Windelalarm. Geht schon, wir müssen gehen. Windelalarm. Kapitän, Kapitän, es ist was passiert. Was denn? Hallo, hallo? Ich habe gehört, mein Enkel heiratet. Stimmt das? Wie geht das voran? Wann findet das Schatz? Zeig mal. Etwa der Hodenpupser? Ja, sag einmal, du Hoden. Wie kannst du es wagen, so über mein eigenes Fleisch und Blut zu riechen? Er ist ja schon 25 Jahre alt und ein Hodenpups. Aber wenn du noch einmal so herabblast und über ihn redest, dann ziehe ich dich an deinem Bart durch den Monitor. Äh, und wie soll das gehen? Das wirst du dann schon sehen, du Idiot. Ich rieche dir alle Haare einzeln aus. Auf das bin ich aber jetzt schon gespannt. Da kannst du aber schon drauf gespannt sein, du Scheißkirr. Hui, eine Schlägerei. Oh, was, wie, wann, wat, wer. Na geht. Jetzt haben wir uns schon so drauf gefreut. Chihuahua. Hui, eine Schlägerei.